So, nachdem wir letztes Mal recht flott gestorben sind, wegen dem Respawn oder was auch immer das genau sein soll. Also wir hatten ja welche umgebracht gehabt und dann sind hinter uns plötzlich noch welche gewesen. Also ich denke mal, das wird mit zu der Falle gehören, auch wenn ich mich da so nicht dran erinnern kann. Aber das ist auch ganz gut, überrascht werden. Genau, man braucht auch eine Flasche zum Heiltrank machen. Überrascht werden ist schon mal gut. Gut, also du brauchst auch noch, er hat die ganzen Heiltrecke. So, zwei für dich, zwei für dich, zwei für dich und er kann sich das dann selber machen. So, eins, zwei. Wo hat er seinen Bogen? Stimmt, den haben wir ja noch gar nicht. Äh, ärgerlich. Also, Schwert, Schild, Axt, kein Schild, Schleuder ohne Steine. Äh, ja. Und Zauber können wir auch schon mal vorbereiten. So. So. Und so. Also, uns fehlt ein Schild. Ah, ich dachte, das ist ein Schild. Schild, Schild, Waffe, Schild, Waffe, Schild, Waffe. Er kann die Pfeile auch so schmeißen. Im Notfall benutzen wir so einen Zauberwürfel. Dafür sind die ja schließlich auch da. Aber, lassen wir wieder schlafen. Aber wir haben jetzt schon drei von den Würfeln und wir sollten die echt mal einsetzen, wenn es eng wird. Und das war gerade ziemlich eng. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir die Gegner überhaupt verletzen können. Was werden wir denn hier sehen? Also, rein, da. Mehr Pfeile und ich höre schon was rumtrippeln. Ach, da kommt es doch schon. Wer steht links? Cosmog steht links. Und das ging schnell. Und ein Zaubererlebnis für Cosmog. Schön. Stein. Stein. Und die Schuhe, mit denen man mehr tragen kann. Die kriegt Elijah. Auch wenn es nur zwei Kilo mehr sind, aber jedes bisschen hilft. Vor allem, wenn wir das ganze Essen auch wirklich mitnehmen wollen. Damit wir nicht so oft hin und her laufen müssen. So, Cosmog gleich einen neuen Zauber. Zack, zack. Tram kommt so ein Nabi. Nix, nix. So, und gleich musst du doch eigentlich wie die Mumie kommen. Oder irre ich mich da? Und dieser Schriftzug, dies ist mein Gefangener. Oder so ähnlich. Oh, hier war der Pilzraum. Richtig? Komm mal her. Ja, das sind ja richtig viele. Chop, chop. Ja, das machen wir schön. Kriegerlevel. Wir brauchen mehr Lebenspunkte in der ersten Reihe. Also, eigentlich in allen Reihen. Aber die erste Reihe ist erstmal wichtiger. Da müssen wir nur darauf achten, dass wir immer schon von vorne angegriffen werden. Und Cosmog Kriegerlevel. Heute ist richtig Cosmogs Tag, he? Erstmal Zaubererlein, Kriegerlevel. Was fehlt jetzt noch? Klerikerlevel. Und Ninjalevel. Markieren wir ihn mal und beschmeißen den Gegner mit seinen eigenen Pilzscheiben. Komm mal dran? Ne. Achso, und die sollten eigentlich auch mal schon was machen. Aber die stehen gerade ungünstig. Schon besser. Friss, Pilzscheiben, zack, 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 zack. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte das bringt. Aber es sollte als Ninjalevel zählen. Name steht rechts. Gut. Und links ist auch wieder einer. Zack. Keine Muni. Nicht die Pixen werfen. Hm. Und kriegen wir nur Erfahrungspunkte, wenn wir doch Schaden verursachen? Nächste Frage. Verursachen wir mal Pilzscheiben Schaden? Ja, komm, jetzt könnte sie langsam mal sterben. Chop, chop. Cosmog steht links. Usch. Cosmog steht immer noch links. Usch. So. Pfeile. Steine zu ihm. Pfeile zu ihm. Essen gleichmäßig verteilen. Auch wenn wahrscheinlich irgendeiner davon gleich wieder überladen sein wird. Und... Boah, wir haben so viel Zeug. Äh... Ja, die Hosen kannst du gleich anziehen. Kann er die anziehen. Die kommt weg. Und wir sollten unbedingt speichern, bevor wir wieder zu den Würmern gehen. Nur so für den Fall. So, den Stein nehmen wir auch noch mit. Äh, die Steine. Das sind echt eine Menge. Und ich glaube, das haben sie auch geändert hier bei diesem Mod. Wenn man das denn Mod nennen will. Also ich dachte, hier wäre da nur zwei oder drei drin gewesen. Aber das sind ja richtig Unmengen. Kann man stundenlang von schlafen und dem ganzen Essen. Soll uns auch recht sein. So ist vielleicht noch ein Kriegerlevel drin. Oder ein E-Level für die beiden Hinteren. Und wir können echt jedes Level gebrauchen. Bei diesen doven Würmern. Die auch noch vergiften. Das ist echt garstiges Biest. So. Chop, chop. Pizzengriff. Tong, tong, tong. Navi steht falsch. Dann sehe ich keine Steine mehr. Ey, nicht drehen. So. Also. Wie schaut es aus mit Essen? Du hast noch Platz. Steine wieder zu ihm. Überladen, überladen, überladen. Auch bald überladen. Jetzt sollten wir ein kleines Zwischenlager einrichten. So. Das andere rein. Du bist auch überladen. Den auch noch. So. Pilzstück. Käse immer noch überladen. Was bist du eigentlich für ein Krieger? 47 Kilo? Der kann sein Magier genauso viel tragen. Mann, Mann, Mann. Der wiegt auch nichts. Den Trank packen wir mal weg. Er ist auch überladen. Ja. Definitiv in Zwischenlager einrichten. So. Oder einfach ganz viel trainieren. Aber das scheint bei euch ja nicht ganz gut anzukommen. Jedenfalls bei ein, zwei von euch. So. Pfeil. Pfeil. Und hier machen wir ihn aber zu. Und dann müssten eigentlich demnächst auch schon ein neues bauen. Zack. Eine Nische mit nix drin. Und kein Klackgeräusch. Okay. Weiter. Tum, 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 tum. Ah, hier ist der Bogen. So rum, so rum, so rum. Schöne Sache. Goldmünze. Die brauchten wir auch gleich, oder? Glaub' schon. Dies ist mein Gefangener. Lass ihn leiden. Ja, an sich. Untote leiden lassen ist ja nicht so das Problem. Sind wir eigentlich letztes Mal da runtergesprungen? Ich denke nicht. Sprechen wir mal kurz ab. Unter einem anderen Slot. Äh. So war das. LP 007. Und springen da mal runter. Au. Ähm. Ja, das tat weh. Wie kommt das bloß? Na gut, machen wir gleich neue Tränke. Nabi. Gift weg. Heitrank hier. Und die anderen werden wahrscheinlich alle Fußverletzungen haben. Was ich auch ein recht cooles Feature finde. So. Glock, glock. Glock, glock. Ah, ich drücke mal rechte Maus. Das ist, ich habe zu viel Grimmauert gespielt. So. Tausch, tausch. Und du auch noch. So. Dann wären wir jetzt wieder bei der Startposition quasi. Und ich denke mal, wenn wir da durchgehen, landen wir eh wieder oben. Also die Fallgrube können wir uns schon merken. Da müssen wir nicht mehr runterspringen. Um irgendwas zu entdecken. Außer hier ist irgendwo. Nö. Secret. Nichts da. So. Neun Zauber. Und auch ruhig schon ein bisschen höher stufigen. Moment mal. Ich hätte schwören können, da wäre was gewesen. Äh. Ne, wir springen jetzt nicht nochmal runter. Also wir lassen ihn jetzt mal leben. Und gucken, wie viele Würmer jetzt kommen, wenn wir die nicht töten. Und ob da vielleicht irgendwas anderes liegt oder was weiß ich. Weil der Standardreflex ist ja einfach, Gegner ist da, Gegner bringen wir um. Vielleicht bekommen wir irgendwelche besonderen Gegenstände, wenn wir die leben lassen. Also den einen da leben lassen. Oder Nachricht. Danke. An der Wand. Das hätte auch was. Aber glaube ich irgendwie nicht. So, hier haben wir ein Horn, eine Flasche. Was machte das Horn? Horn der Furcht. Könnte er zum Fliehen bewegen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich geklappt hat. Naja. Versuch, es ist wert. Äh. Das weg. Ja, nur kommen wir nicht runter. Also, wir müssen ihn wirklich umbringen. Ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht. Kann das sein? Ah, das ist zu lange her, dass ich Dungeon Master gespielt habe. Ich sollte jetzt echt ein paar Folgen am Stück aufnehmen, damit das Ganze ein bisschen kohärenter wird. Oder zumindest kohärenter wirkt. So, du bist tot. Das ging ziemlich schnell. Jetzt kommen die Würmer. Und, wenn wir irgendeinen Punkt überschreiten, spawnen hinter uns Würmer. Warum hat Cosmog keinen Zauber verbreitet? Warum sind da so viele? Ja, 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 viele Würmer. Ist okay. Äh, schieß. Zauber. Zauber. Sind die überhaupt da? Ich will die nicht verballern. Also, Elijah steht schon mal falsch. So. Erster Wurmtot. Komm. Du willst doch bestimmt dahin gehen, wo mein Freund auch gerade gestorben ist. Zack. Zweiter Wurmtot. Ja, so muss das. Oh, machen alle. Machen alle ist nicht gut. Und diese billige Zauber, da brauchen wir ewig viele von, bis da irgendwo mal Schaden reinkommt. So. Zack. 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 Sag ich ja. Wusch. Und daneben tauschen wir wieder. Wusch. Wusch. Komm her. Zack, zack. Zack, zack. Und weg. Ha. Das sind Ninjas. Und wir probieren gleich mal das Horn aus, wenn er nah dran kommt. Zack, zack. Äh. So viel zum Ausprobieren. Okay, das Fleisch lassen wir jetzt erstmal liegen. Bis wir eine ordentliche Stelle gefunden haben, wo wir ein Lager einrichten können. So. Da sind noch Pfeile, die kommen alle wieder mit. Und dann machen wir meinen kleinen Trip wieder zurück, denn ich will nicht nochmal überrascht werden von denen, die hinter uns bauen. Zack. Zack. Komm her. Schön alleine. Job, job. Oh, fünf Schaden ist noch. Gut, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Zauberer rein. Ne, kriegen wir nicht. Oh, doch schön. Jetzt muss nur richtig stehen. Und wusch. Zauberer Level. Schöne Sache. Jetzt noch einen von denen umbringen. Guck mal, ob das Horn funktioniert. Ne. Zeigt sich hier unten beeindruckt. Und Z ist vergiftet. Hey, er läuft auch weg. Und da sind Würmer. Also vielleicht respawnen die ja gar nicht, sondern einfach nur da hinten ist irgendwas aufgegangen, wo noch mehr Würmer waren. Na gut. Solange der eine so komisch hin und herläuft, scheinen die anderen nicht anzugreifen. Was ja auch ganz praktisch ist. X, 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 X. Du scheinst wieder anders lustig zu sein. Komm. Und der Leiter steht rechts, kann weiter schießen. Schöne Sache. Keine Munition. Ähm. Dröhnt. Das Horn zeigt echt Wirkung. Das ist ja richtig geil. So, ein paar Pfeile wären noch ganz schick. Auch wenn wir dadurch jetzt einen Charakter weniger haben, der mit Waffen Schaden machen kann. Aber er sollte ja eh ein Zauberer sein. Das heißt, er würde so Schaden machen. Ja, Job, Job. So, das blieb doch schon mal wesentlich besser. Außer, dass jetzt etwa giftet ist. Aber gut. Damit können wir leben. Eher hoffentlich auch. So, und schön zurück zum Eingang. Und da schnarchen wir jetzt erstmal. Und gucken, wie sieht das noch das Gift aus, wirkt von Z. So, hier müsste reichen. Können wir von einer Seite angegriffen werden. Also, weil die Gegner noch von vorne kommen können. Und Schalafen. Vier Schaden, drei Schaden, drei Schaden. Ja, alles schön gegen Heilbar. Und das ist doch in Ordnung. So, Zauber vorbereiten. Und zwar ein bisschen höheren. Also, nicht die billigsten. So, du auch, du auch. Und nochmal schlafen. Den gibt es ja erstmal in den Cut. Und danach knüpfen wir uns die herstlichen Würmer vor. Und hoffen einfach, dass nicht noch welche hinter uns bauen. Und wenn doch benutzen wir den Würfel. Wenn ich denn daran denke. So, Safe Game. LP-007 können wir überschreiben. Das ist okay. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.